Hallo meine Lieben, ich bin es, Sophia, und ich begrüße dich herzlich auf deinem Kanal für Entspannung. Ich habe eine Frage an dich. Hast du schon mal eine ASMR-Traumreise gemacht? Du hast zwei Optionen. Entweder du machst die Augen so und lässt dich überraschen, oder du lässt die Augen auf, dann siehst du aber, was ich mache. Während du überlegst, gehen ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich. Amira hat mich neulich beim Speech-Ridex-Training gefragt, ob ich sie grüßen kann. Also schöne Grüße an dich, sowie an das österreichische Bärchen, das mich neulich in meiner Praxis in Berlin gegrüßt hat. Schöne Grüße. Und hast du dir jetzt überlegt, ob Augen zu oder Augen offen? Okay. Dann geht's los. Und ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Du kannst jederzeit einschlafen. Und diese Geschichte beginnt in der Nacht. Es ist eine Nacht mit ganz, ganz vielen Sternen. Und du schaust hoch in den Himmel. Und du betrachtest die ganzen Sterne. Aber dir fällt auf, dass ein Stern fehlt. Und du kannst ihn nicht entdecken. Du fragst dich, wo ist er denn mal hin? Was ist denn auf einmal los? Und so beschließt du, den Stern zu suchen. Und du machst dich auf den Weg zu einem Raumschiff. Der Weg führt dich durch dich, das Gras. Du gehst durch einen Dschungel von ganz viel Grasen durch. ganz, ganz vorsichtigen Schritten. Schritt, 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 Schritt. Gehst du. Tap, 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 tap. durch das tiefe Grasen durch. Als du dann hinter dem Gras ein Raumschiff entdeckst. Und du klopfst ganz vorsichtig an die Tür. Aber keiner öffnet. Du pochst ein wenig lauter gegen die Tür. Du doch es öffnet immer noch, geil. Ganz nervös gehst du mit den Fingernägeln klopfend über das Außenschiff. Und dann siehst du den Kapitän. Dieser ist gerade dabei, Zeitschrift zu lesen. und der hat nicht am entferntesten das Interesse, dich reinzulassen. Aber du lässt dich davon nicht abhalten. du lässt dich davon nicht abhalten. Du erzählst ihm von dem verlorenen Stern unterlegt. Seine Zeitschrift bessert. Du erzählst ihm ungefähr wo der Stern sich befindet. Und er tippt die Koordinaten ein. Dann kann es losgehen. die wilde fahrt. Mit dem Raumschiff geht es zu einem Planeten der dem Stern sehr, sehr nahe war. Und auf diesem Planeten der der Planet der Langa Indianer genannt wird werdet ihr bereits begrüßt von ganz, ganz vielen Menschen mit besonders langen Haaren und nicht so strobbige sondern sehr, sehr schöne langen Haaren. und als diese Langa Indianer dich dann sehen bekommen sie einen riesen Schreck. Sie fassen dir durch die Haare und sagen es kann doch nicht sein dass du so strobbige Haare hast. Also sagen sie dir, dass sie dir helfen werden den Stern zu finden aber nur wenn sie dir die Haare schön machen dürfen. Und dafür holen sie hervor ihre allerschönsten allerschönsten Haarbe und diese Haarbürsten glitzern in den tollsten Farben wie Diamanten glitzern sie und die Haarbürsten tragen auch ganz besondere Namen nämlich Klara die Haarbürsten heißen alle klar und mit diesen Haarbürsten streichen dir die und nach und glitzern und diese und so das das ist das ist das ist das ist das Nachdem du nun die Haare schön hast, geben sie dir einen Tipp, wo der Stern sich aufhalten könnt. Ihr macht euch auf den Weg und kommt zu einem zweiten Planeten. Als ihr dort ankommt, der Kapitän bleibt auf dem Schiff, aber du gehst hinunter und sofort rümpfen alle die Nase. Menschen hat man dort schon lange nicht mehr gerochen. Das ist der Planet, der Riechnasen und der schönen Düfte. Und dort auf dem Planeten gibt es ganz viele Düfte. Die schönsten Wässerchen gibt es dort. Und man sagt dir, dass du weiterziehen darfst, aber erst nachdem man dir Düfte verpackt und mitgegeben hast. Also, hast du erst mal ein parfümierend. Und ganz, ganz viel Düfte. Und natürlich auch Duften und Body Lotions. Beklar, 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 Beklar. Und damit und was tut er noch eingecremt? und danach geht es weiter so duftend wirst du weitergeschickt zum nächsten Planeten dort wirst du bereits erwartet, denn es spricht sich natürlich rum und auf dich wartet dort der Planet der Künstler und sie zeichnen dir den Weg zum Stern das Merkwürdige ist allerdings, dass ich wieder und immer wieder dich dabei anschaue als würden sie den Weg zum Stern in dir suchen und als sie fertig sind mit ihrer Zeichnung folgst du dem Weg mit dem Raumschiff und siehe da, der Stern ist gefunden er hat sich in deinem Planeten versteckt du gehst auf den Stern zu lächelst ihn freundlich an und er freut sich riesig dich zu sehen ihr umarmt euch und er schenkt dir ein bisschen von seiner schönen Wärme und du fragst den Stern warum er sich versteckt woraufhin er antwortet dass er immer leuchtet nachts und immer immer da ist die ganze Zeit doch nie würde ihn jemand grüßen oder ihn beachten du schaust ihn verwundert an und sagst ihm das ist doch gar nicht stimmt du würdest Abend für Abend hinaufschauen und dich freuen dass er da ist der kleine Stern schaut dich verwundert an ach tatsächlich dann grüß mich doch das nächste Mal dann weiß ich dann weiß ich dass du mich siehst versprichst dem kleinen Stern ihn nächstes Mal zu grüßen und ihm Beachtung zu schenken so verabschiedet ihr euch und der kleine Stern und der kleine Stern deuchtet euch den Weg bis zur Erde sei der wenn du in den Himmel schaust nachts und den kleinen Stern siehst winkst ihm einmal zu und grüßt ihn ganz herzlich bedankst dich für sein Leuchten und der kleine Stern glänzelt einmal zurück und damit wünsche ich euch eine wundervolle gute Nacht schlaft schlaft mit dem kleinen Stern schlaft 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 mit dem kleinen Stern schlaft 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 schlaft